Nach zwei Jahren in Spanien ist Jan Klaasen vor drei Monaten mit seiner Ehefrau Katrin und der gemeinsamen Tochter Marla zurück nach Berlin gezogen. Eigentlich wollte sich der 35-Jährige wieder als Dachdecker anstellen lassen, doch es gab kein passendes Angebot. Und so hat er sich kurzerhand selbstständig gemacht. Da die Auftragslage momentan ziemlich dürftig ist, verbringt er den Nachmittag mit Marla auf dem Kinderspielplatz. Nachher, Papa! Noch schneller, noch schneller? Ja! Ja, komm her. So, aber nicht zu doll. Oh, warte. Oh, mein Telefon. Ich muss mal ganz kurz telefonieren. Du bist vorsichtig, versprochen, ja? Ja, versprochen. Ich gebe dir noch einmal schon. Dachdeckermeister Klaasen, hallo? Hey, Niemayer, moin. Der Termin, ja genau. Um 9 Uhr, wie vereinbart. Ich bin bei Ihnen, natürlich. Hey, was zum Teufel. Maler? Maler? Hey, wach auf. Du Scheiße, ey. Was ist denn das hier für eine Kacke? Schatz. Ja, Klaasen, ja, hallo. Ich brauche sofort einen Rettungswagen. Irgendwie meine Tochter ist bewusstlos. Hier auf dem Spielplatz. Im Rigshof. Maler wird mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Während die Achtjährige in der Klinik untersucht wird, hat Jan Klaasen seine Frau Katrin alarmiert. Gemeinsam warten die Eltern seit über einer halben Stunde auf den zuständigen Arzt. Oh, wie wenn ich einen scheißfreien Nachmittag nicht gewollt hätte. Ich hätte mitgehen sollen. Ach, Katrin. Das hätte jetzt auch nichts gemacht. Ich mache mir immer solche Sorgen um Anna. Tut mir auch leid. Ich meine, was ist, wenn sie nicht mehr aufwacht? Sie wacht wieder auf. Und was ist, wenn nicht? Frau Klaasen, folge mich mal bitte. Da Oberarzt Dr. Torben Rothaus nicht sofort Entwarnung gibt, befürchten Katrin und Jan Schlimmes. Also ich habe leider nicht so gute Neuigkeiten für Sie. Ihre Tochter liegt im Koma. Durch den Sturz hat sie sich schwere Hirnblutung zugezogen. Was bedeutet, dass wir sofort operieren müssen. Aber Sie wird doch wieder aufwachen, oder? Das kann man bestimmt ja nicht sagen. In Ihrem Alter sind die Chancen natürlich relativ gut. Wir müssen einfach mal schauen, wie weit sich diese Gehirnblutung ausgeweitet hat. Was heißt das jetzt direkt? Ich möchte, dass Sie sich bewusst sind, dass Ihre Tochter, wenn sie aufwacht, eventuell nicht so ist, wie sie vorher war. Zumindest nicht sofort. Was heißt es nicht so ist, wie vorher? Was passiert mit ihr? Mit Gehirnblutung kann es sein, dass ihr Gehirn in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das heißt, sie müsste längere Zeit Reha in Anspruch nehmen. Prozesse, die ihr jetzt geläufig sind, hat sie dann eventuell vergessen und muss sie neu lernen. Also, da muss man Zeit und medizinische Unterstützung abwarten geben. Wird sie denn wieder gesund? Wird sie so sein wie vorher? Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Es kann sein, dass natürlich Folgeschäden auftreten, Konzentrationsdefizite. Es kann sein, dass die motorische Störung hat oder sogar Wesensveränderung. Typische Symptome sind auch chronische Kopfschmerzen. Schauen Sie, das ist alles hypothetisch. Es kann auch alles gut verlaufen. Wichtig ist, dass wir jetzt operieren. Wer immer für diese Federwippe verantwortlich ist, der wird dafür bezahlen. Wir müssen jetzt wirklich alles dafür tun, damit Marla wieder gesund wird. Ich werde mir jetzt erstmal einen Anwalt nehmen, weil eigentlich gibt es da noch eine ganz andere Sache zu klären. Gleich am nächsten Morgen haben Jan und seine Frau Katrin einen Termin bei Rechtsanwalt Klaus Pinkerneil. Tochter Marla hat die gestrige Operation gut überstanden, liegt jedoch weiter im Koma. Der Jurist soll den besorgten Eltern dabei helfen, den Verantwortlichen für den Spielplatzunfall zur Rechenschaft zu ziehen. Wie geht es denn Ihrer Tochter jetzt? Sie liegt immer noch im Koma. Ja, aber die Operation ist wohl ganz gut verlaufen. Und wie die Ärzte sagten, die sind sehr zuversichtlich, dass sie in den nächsten Tagen wohl wieder aufwachen wird. Na, das sind ja schon mal keine ganz schlechten Nachrichten. Naja, aber ich meine, wenn sie aufwacht, dann braucht sie erstmal eine Reha. Und wir wissen auch nicht, ob sie danach wieder ganz gesund wird. Ja, das Ding ist aber ja auch, so ein Metallteil, das kann doch nicht einfach so abbrechen. Gerade nicht auf solchen öffentlichen Spielplätzen. Das muss aber irgendwie gewartet worden sein oder irgendwas, oder nicht? Ja, da haben Sie natürlich völlig recht. Solche öffentlichen Spielplätze, die müssen in aller Regel in jährlichen Abständen gewartet werden. Für die Wartung sind dann spezielle Wartungsfirmen und auch Mitarbeiter der Stadt zuständig, ganz klar. Was ist, wenn dieser Spielplatz gar nicht gewartet worden ist? Naja, also wenn den Spielplatzbetreiber hier tatsächlich eine Verantwortlichkeit trifft, dann haben Sie bzw. Ihre Tochter natürlich einen Anspruch auf Schadensersatz und Schmerzensgeld. Aber wie gesagt, dazu müssen wir nachweisen, dass die Wippe so nicht in Ordnung war. Ja, ich habe auch schon mit der Polizei gesprochen. Die haben die Unfallstelle abgesichert und die Staatsanwaltschaft ist auch schon informiert. Aber mal eine ganz andere Frage. War denn unter dieser Wippe, war das in einem Sandkasten? Wie muss ich mir das vorstellen? Oder war da einer dieser Gummiböden drunter, wie Sie oft auf den Spielplätzen sind? Ne, das war Sand, klar. Wieso? Ja, weil offengesprochen wundert es mich schon so ein bisschen, dass Ihre Tochter so schwere Kopfverletzungen davongetragen hat, wenn sie auf Sand gefallen ist. Das dürfte eigentlich nicht sein. Also wie gesagt, für mich sah das aus wie auf jedem anderen Spielplatz auch der Staat. Also das war ein Sandboden mit einem drum und dran. Das ist ein ganz normaler Spielplatz eigentlich. Ich denke, es ist wohl am besten, dass ich mir selber mal ein Bild von dem Spielplatz mache und mir die ganze Sache mal anschaue. Weil möglicherweise ist ja da noch mehr im Argen, dass da vielleicht noch andere Hinweise darauf sind, dass nicht ordnungsgemäß gewartet worden ist. Parallel dazu werde ich natürlich bei der Staatsanwaltschaft gleich mal nachhaken, wie weit die mit ihren Ermittlungen sind. Dann schauen wir mal, ob da schon was Neues gibt. Und sobald ich irgendwelche Infos habe, melde ich mich natürlich bei Ihnen. Ja gut. Können wir Ihnen da irgendwie bei Hilfen irgendwas machen? Können wir irgendwie behilflich sein? Ne, danke. Sie kümmern sich jetzt erst mal um Ihre Tochter. Ich bin mir ganz sicher, sie spürt nämlich. Ich habe überhaupt nicht mitgekriegt, was der Anwalt das sollte. Meine Gedanken waren irgendwie nur bei Maler. Ich weiß, dass die Chancen gut sind, dass sie wieder aufwacht, aber was wenn nicht? Auch Jan hat schreckliche Angst um seine Tochter. Doch ihn bedrückt noch etwas anderes. Es gibt noch ein Problem. Wie, wieso, was meinen Sie? Sie dürfen meiner Frau davon nichts erzählen, ja? Wenn sie das erfährt, dann bin ich, sie darf es einfach nicht erfahren. Okay, jetzt mal ruhig. Ich unterlege natürlich in jeder Hinsicht der Schweigepflicht. Und wenn Sie mir jetzt was irgendwann vertrauen, was sagen, dann bleibt das natürlich auch unter uns. Also was ist denn los? Das Problem ist, ich habe mich ja jetzt selbstständig gemacht als Dachdeckermeister. So, und das war alles viel, also ich habe noch keine Krankenversicherung. Puh, das ist natürlich ziemlich fahrlässig von Ihnen. Haben Sie denn wenigstens irgendwelche Rücklagen, von denen Sie die Behandlungskosten bezahlen können? Das ist ja das Problem. Das ist alles für die Selbstständigkeit draufgegangen. Und jetzt, ich habe jetzt irgendwie gehofft, ich warte noch ein, zwei, drei Monate, bis das ein bisschen besser anläuft. Und, und, dass ich das dann irgendwie alles anmelde und, und, und. Aber kann ich nicht jetzt noch eine Krankenversicherung abschließen und die Beiträge, meinetwegen, nachzahlen? Geht sowas nicht? Nee, wird ja jeder das so machen, dass er erstmal abwartet, bis was passiert und dann eine Versicherung abschließen. Dann wird ja unser ganzes Sozialversicherungssystem zusammenbrechen. Das würde nicht funktionieren. Aber wie soll ich denn jetzt Malers Krankenhausaufenthalt bezahlen? Naja, ich kann ja mal versuchen, mit der Stadt zu sprechen. Vielleicht sind die ja so kulant und treten da in Vorleistung, jedenfalls so lange, bis die Schuldfrage geklärt ist. Ja, und wenn nicht? Naja, dann müssten wir schauen, ob man vielleicht eine Stiftung finden, die dafür einsetzt. Ja, und was ist das, was ist das für eine Stiftung? Naja, es gibt schon Spendenorganisationen, die in solchen Fällen für unverschuldet in Not geratene Familien eintreten. Es wird dann von Spendengeldern finanziert. Aber ich bin ja selber schuld. Ich hätte ja eigentlich eine Krankenversicherung abschließen müssen. Naja, Sie sind schuld, aber Ihre Tochter, die kann ja nun mal nichts dafür. Also, wie gesagt, ich werde mich da mal schlau machen. Aber Sie sollten auf jeden Fall Ihrer Frau Bescheid sagen. Früher oder später muss ich es erfahren. Ja, das ist klar. Ja, das ist so, da kommt sie. Dass Herr Klaassen keine Krankenversicherung abgeschlossen hat, wirft jetzt nochmal ein völlig anderes Licht auf die Angelegenheit. Jetzt sind Schadensersatz- und Schmerzensgeld nicht mehr nur eine Hilfe, sondern zwingend notwendig, dass die Familie für ihre kleine Tochter sorgen kann. Bevor sich Klaus Pinker-Neil dem Problem mit der Krankenversicherung widmet, sucht er am nächsten Morgen den Spielplatz auf, um herauszufinden, was den schlimmen Unfall verursacht hat. Die Wippe, mit der Mahler verunglückt ist, ist bereits verschwunden. Und durch den Sand ist schon der nackte Betonboden zu erkennen. Gleich nach seiner überraschenden Entdeckung schaut Klaus Pinker-Neil bei Staatsanwältin Corinna Wimpe vorbei. In der Hoffnung, dass sie weiß, was mit der Wippe passiert ist. Das ist doch schon sehr seltsam. Ein Unfall mit einer Wippe, das Ding ist kaputt und verschwindet dann. Also das klingt doch fast so, als hätte hier jemand versucht, Beweismaterial verschwinden zu lassen, finden Sie nicht? Och, finde ich nicht. Also dafür gibt es wahrscheinlich einen vernünftigen Grund. Zum Beispiel hat das Bezugsamt das Spielgerät abgebaut, weil es eine Gefahr für andere Kinder ist. Moment, da bestand doch überhaupt keine Gefahr mehr. Die Polizei hat den Unfallort schon abgesichert gehabt. Aber gut, wenn Sie meinen, dass vielleicht die Stadt dahinter stecken könnte, will ich mich vielleicht mal schlau machen, wer in der Stadtverwaltung zuständig ist und mit dem Zuständigen sprechen. Vielleicht kann der mir ja Näheres, wenn man verbleibt, der wird besagen. In Ordnung. Und ich werde nochmal ein paar Polizisten vor Ort schicken, die sich dort umsehen. Und wenn ich Näheres in Erfahrung gebracht habe, dann melde ich mich wieder bei Ihnen. Außerdem möchte ich, dass Sie die Ermittlungen auf sämtliche städtischen Spielplätze ausdehnen. Ich meine, nicht, dass noch ein ähnlicher Unfall passiert. Wissen Sie, wie viele Spielplätze Berlin hat? Das ist unbezahlbar. Außerdem weist im Moment nichts darauf hin, dass sich so ein Unfall wiederholt. Ja, das sehe ich aber ganz anders. Wissen Sie, auf dem Spielplatz unterhalb dieser Wippe oder die Stelle, wo die Wippe war, da lag auch so gut wie kein Sand. Da ist der nackte Beton schon durchgeschimmert. Also ich finde schon, dass hier die Kinder gefährdet sind. Und das Kindswohl sollte doch hier an allererster Stelle stehen, finden Sie nicht? Bringen Sie mir Beweise für Ihren Verdacht und wir können über die Begutachtung von Spielplätzen reden. Im Moment sehe ich keine Veranlassung. Es kann doch nicht sein, dass so wichtiges Beweismaterial so einfach verschwindet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht zufällig passiert ist, sondern dass hier irgendjemand seine Schuld an dem Unfall vertuschen will. Aber ich werde schon noch rausfinden, wer dahinter steckt. Während der Anwalt seine Kontakte spielen lässt, um zu klären, wo die Wippe abgeblieben ist, warten seine Mandantin auf den Arzt, der ihre achtjährige Tochter Mala betreut. Dr. Torben Rothaus hat Neuigkeiten für Katrin und Jan Klaasen. Wie geht's Ihnen? Ich sag mal, den Umständen entsprechend gut. Wir konnten die Gehirnblutung stoppen, das war erst mal das Wichtigste. Alles andere müssen wir abwarten. Das heißt, sie wird wieder aufwachen? Ich bin da positiv gestimmt. Wahrscheinlich wird sie in den nächsten Tagen das Bewusstsein wieder erlangen. Sie sagen da irgendwas von Folgeschäden. Wie können wir uns das jetzt vorstellen? Wird sie jetzt wieder gesund? Na ja, es ist nun so, sie hat ziemlich starke Quetschung im Schädelbereich abbekommen, ziemlich stark geblutet. Ich befürchte, dass wenn sie aufwacht, wird sie Reha benötigen. Es kann sein, dass sie motorische Störung hat oder Sehstörung. Aber das können wir halt nur feststellen, wenn sie wieder bei Bewusstsein ist. Aber nach dieser Reha fehlt sie wieder gesund? Also wenn sie sich da die Zeit nehmen und sich um ihre Tochter kümmern, dann bin ich zuversichtlich, dass es ihr gut gehen wird. Wir werden auf jeden Fall alles tun, dass wir eine gute Reha-Klinik finden. Ja, machen Sie das so. Okay, danke. Das Sekretariat hatte mich gebeten, nochmal wegen der Versicherungskarte zu fragen. Ja, schicken Sie mir das doch einfach zu und dann mache ich das, okay? Okay. Ja, alles klar. Wieso kriegen wir jetzt die Rechnung? Was ist da los? Weil das jetzt über eine Privatversicherung läuft. Ich habe eine Privatversicherung abgeschlossen und da müssen wir das erst vorschrecken. Ja, und woher willst du das Geld nehmen? Ja, das mache ich schon. Ja, was ist denn das für eine Versicherung? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man da das Geld bezahlen muss. Ich google das mal oder so. Nein, das brauchst du nicht, glaub mir. Das ist ganz normal bei so einer Privatversicherung. Da streckst du das erst vor und dann kriegst du das nachher direkt alles wieder zurück überwiesen. Ja, wie heißt denn die Versicherung? Ja, zerreißt dir doch immer sowas nicht den Kopf. Das wird alles seinen Weg gehen, okay? Ja, ich hoffe. Ich merke doch, wenn Jan mir was verheimlicht. Ich meine, ich habe mich nicht um die Sache gekümmert, weil ich ihm auch vertraut habe, aber das stimmt doch was nicht mit dieser Krankenkasse. Und wenn Marla nicht die bestmögliche Versorgung bekommt, dann weiß ich wirklich nicht, was ich machen soll. Jan spürt, dass er Katrin nicht mehr lange verheimlichen kann, dass die Familie seit ihrer Rückkehr aus Spanien nicht krankenversichert ist. Sofort nach dem Besuch bei Tochter Marla entscheidet er sich, seiner Frau die Wahrheit zu beichten. Schatz, hör zu. Ich habe diese Versicherung noch gar nicht abgeschlossen. Wie, du hast die Versicherung nicht abgeschlossen? Nein, habe ich nicht. Wegen der Selbstständigkeit. Ich dachte, ich warte noch irgendwie so ein, zwei Monate, bis das ein bisschen besser anläuft. Ja, und jetzt, ja, und jetzt das. Heißt das, Marla ist nicht versichert? Nein, ist sie nicht. Marla ist nicht versichert? Sag mal, bist du wahnsinnig? Ich meine, die liegt auf Intensiv. Weißt du, was das kostet? Ich meine, wie hast du dir das denn vorgestellt? Ich lasse mir da schon was einfallen. Ich mache das schon. Dir wird da was einfallen? Ich meine, die braucht eine Reha. Wochen, Monate, vielleicht Jahre lang. Was willst du dir einfallen lassen? Willst du das selber machen? Nein, pass auf. Vielleicht kommt da so eine Stiftung für auf, für notgeratende Familien. Also zumindest sagt ja der Anwalt irgendwie sowas. Der Anwalt wusste Bescheid und ich nicht. Katrin, mein Kopf ist doch selber komplett voll, seit dem Marla hier im Krankenhaus liegt. Ich weiß, dass er sich in diesem Thema scheiße gebaut hat. Aber mein Gott, ich kann es doch jetzt auch nicht rückgängig machen. Nee, rückgängig machen kannst du es nicht, aber du hättest es richtig machen können, nämlich indem du eine Versicherung für dein Kind abschließt, so wie jeder normale Vater. Wie jeder normale Vater? Du glaubst doch immer, ich habe eben eine Gelddruckmaschine im Keller. Das hat mit einer Gelddruckmaschine nichts zu tun. Aber die Versicherung ist ja wohl das Letzte, woran man spart. Ich meine, wir hätten miteinander reden können, wir hätten eine andere Lösung gefunden. Und stattdessen muss Marla jetzt auf die Reha verzichten? Nein, das muss ich auf gar keinen Fall. Ey, pass mal auf, der Anwalt findet den Schuldigen, ja? Und der wird den zur Rechenschaft ziehen, so. Und der wird das regeln. Noch am selben Tag ist der Anwalt mit Rainer Dose von der Stadtverwaltung verabredet. Klaus Pinker-Neil muss wissen, wer für den Unfall verantwortlich ist, damit er den Schuldigen auf Schadenersatz verklagen kann. Was mich als allererstes mal interessieren würde, sagen Sie, haben Sie den Abbau der Wippe schon veranlasst? Die ist abgebaut. Ja. Das ist ja ein Ding. Ne, äh, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich denke mal, ich habe ja auch von der Sache gehört, da gab es ja ein Personenscharme mit dem Mädchen und da war ja auch die Polizei vor Ort. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die da schon was abgebaut haben. Aha, ja, weil die Polizei war es auch nicht und ich war heute Vormittag auf dem Spielplatz, die Wippe ist weg, deswegen dachte ich, dass Sie vielleicht... Ne, das Einzige, was mich mal vorstellen könnte, ist, wir haben ja da eine Wartungsfirma, die dort regelmäßig vor Ort ist und dass die das vielleicht schon mal gesichert haben, abgebaut haben, keine Ahnung. Da müsste ich mich mal erkundigen. Wer ist denn die Wartungsfirma? Das ist, im Moment, kann ich Ihnen auch gleich mal zeigen, die Firma Bauer, eine alteingesessene Firma in Berlin-Pankow. Moment, ich zeige Ihnen das mal. Wir haben ja da mal Wartungsberichte, sehen Sie da auf der ersten Seite, ist das ja abgehäftet. Auf dem Papier sieht das alles ganz gut aus. Das sind ja auch Profis, die machen das ja nicht erst seit gestern, also da sind wir sehr zufrieden. Klammer Bauer, ich muss schon sagen, so sehr Profi, dass jetzt ein achtjähriges Mädchen im Koma liegt, ne? Ja, aber schauen Sie mal, das kann man jetzt auch so nicht sagen und die wissen ja nicht, war das jetzt ein Unfall, war das jetzt ein technischer Fehler, also ich, waren Sie dabei? Ich war nicht dabei. Herr Dose, ich bitte Sie, ein Unfall. Die Verankerung von dieser Wippe, die war völlig aus der Bodenplatte rausgerissen und auch an dem Sand wurde ganz offensichtlich gespart. Ich war ja heute Vormittag auf dem Spielplatz, Sie müssen sich vorstellen, der Sand, der lag puderzuckerdünn auf dem Beton, also dass da nicht mehr passiert ist, das ist wirklich ein Wunder. Also gut, die Folie sind ja aktuell, da ist reichlich Sand drunter, ich kann mir nichts anderes vorstellen, dass es da jetzt anders aussehen soll. Dann würde ich mir ganz gerne, wenn es Ihnen recht ist, eine Kopie von den Wartungsberichten mitnehmen. Das ist sicherlich möglich, aber man muss erst nochmal mit dem Vorgesetzten reden, da haben Sie sicherlich Verständnis und dann denke ich mal, wird das klappen, dass Sie da eine Kopie von kriegen. Gut, wobei ich ganz offen sein will, wenn da tatsächlich rauskommen sollte, dass hier in irgendeiner Art und Weise geschlampt worden ist, dann kann sich Ihr Haus auch auf saftige Schadensersatz- und Schmerzensgeldforderungen einstellen. Ja, das kann ich gut verstehen, das ist ja ein Job, dass Sie das sagen, aber verstehen Sie uns auch richtig, wir machen unsere Hausaufgaben genauso und wir haben ja unsere Ordner, wo Sie sehen, alles ordentlich abgehäuft und regelmäßig Wartungen. Also ich kann mir da keinen Verschulden selbst vorwerfen und auch nicht die Stadt. Na gut, Herr Dose, dann erwarte ich die Berichte in den nächsten Tagen. Ja, ich werde das beim Chef zukommen lassen und der wird sich dann bestimmt mit Ihnen melden und das Ihnen zuschicken. Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg und was mir ganz wichtig ist, das am Herzen liegt, grüßen Sie Familie und dass die Tochter schnell gesund wird, das liegt mir am Herzen, das ist ganz, ganz wichtig. Das werde ich machen. Ja, guten Heimweg. Tschüss. Dieser reiner Dose, der kommt mir nicht ganz sauber vor, der war mir einen Tacken zu glatt gewesen. Und auch diese scheinbar perfekten Wartungsberichte, die sind einfach zu gut, um wahr zu sein. Aber vielleicht tue ich ihm auch Unrecht. Wie auch immer, ich werde jetzt erstmal dieser Firma Bauer einen Besuch abstatten, vielleicht erfahre ich da ja endlich Näheres und den Verbleib dieser Wippe. Klaus Pinker-Neil macht sich sofort auf den Weg zu der Firma, die für die Spielplatzinstandhaltung zuständig ist. Er will Geschäftsführer Martin Bauer damit konfrontieren, dass bei der Wartung der Wippe womöglich geschlampt wurde. Es geht um die Sicherheit auf dem von Ihnen gewarteten Spielplatz in Neukölln. Die ist ganz offen gesprochen nicht so optimal gewährleistet. Da muss ich Ihnen leider widersprechen. Sofort als ich das gehört habe, habe ich mich um alles gekümmert. Bin sämtliche Unterlagen durchgegangen, habe mit dem Herrn Dose von der Stadtverwaltung telefoniert. Wir haben nochmal gemeinsam geschaut. Es ist wirklich alles tiptop und in Ordnung. Na ja gut, was nützen mir die Unterlagen? Da war kein Sand vor Ort. Meine Mandantin ist ja fast mit dem blanken Kopf auf dem nackten Boden geknallt. Da hat der Beton durchgeschimmert. Das habe ich gehört. Das Problem an der Sache ist, wenn ein Spielplatz abgenommen wird, muss unter allen Spielgeräten mindestens 20 Zentimeter Sand sein. Wenn das nicht gegeben ist, kommt der gar nicht durch die Wartung. Ich habe da Unterlagen, die kann ich Ihnen gerne mal zeigen. Ich habe da auch extra ein bisschen was vorbereitet, weil ich ja wusste, dass sie kommen. Schauen Sie sich das mal an. Das sind die Wartungsberichte der letzten sechs Monate. Da ist alles tiptop und in Ordnung. Na ja, Bauer, das ist ja schön und gut. Aber was nützen mir die Unterlagen, wenn da nun mal kein Sand da war, der die Kinder vor Aufprallen schützt? Wissen Sie, was mit dem Sand zwischen den Wartungsarbeiten passiert, das kann ich Ihnen nicht sagen. Vielleicht hat sich den irgendjemand genommen und den in seine private Beachbar geschüttet. Das kommt ja heutzutage immer wieder vor. Herr Bauer, das ist ja nur wirklich Unsinn. So ein Sack Sand, der kostet doch nicht die Welt. Ich kann Ihnen gerne mal zeigen, was so eine Tonne Sand kostet. Und das Problem ist, bei mir gibt es den umsonst. Die kommen hin, nehmen sich den Sand mit und das war's. Und werden Ihre Federwippen eigentlich auch so gerne geklaut? Federwippen klauen, haben Sie das schon mal probiert? So ein Ding ist 40 Zentimeter in die Erde eingelassen. Das kriegen Sie nicht so einfach weg. Da sehen Sie, und das ist genau der Punkt. Die Federwippe ist nämlich weg. Was? Die Federwippe ist weg? Die Federwippe ist weg. Wissen Sie, was das für ein Aufwand ist? Was mich zu der Frage bringt, ob Sie die Federwippe abgebaut haben. Lieber Herr Anwalt, seien Sie mich nicht böse. Haben Sie sich mal umgeguckt, als Sie hierher gekommen sind? Hier ist alles voll mit Spielgeräten. Warum sollte ich meine eigene Federwippe klauen? Das ist absolut unmöglich. Naja, vielleicht zum Beispiel, weil mit der Federwippe doch irgendwas nicht so ganz in Ordnung war. Und Sie hier möglicherweise einen Fehler vertuschen wollen. Warum soll ich hier irgendwas vertuschen wollen? Das ist eine Behauptung, die ist absolut unhaltbar. Ich kann gerne was für Sie tun. Wissen Sie, ich telefoniere mal... Herr Bauer, wer könnte denn sonst noch ein Interesse daran haben, diese Federwippe abzubauen? Irgendein privater Mensch, der sich so ein Ding in seinen Spielplatz bauen will. Ich telefoniere gerne mal ein bisschen rum. Wissen Sie, wenn da irgendeiner in seinem Garten irgendwas hat, ich kann ja mal schauen, wen ich anrufen kann für Sie. Na gut, na gut, Herr Bauer, ist schon gut. Ich würde sagen, falls Sie irgendwas rausfinden, dann melden Sie mich. Mach ich. Und Sie tun mir einen Gefallen, grüßen Sie die Familie Klaasen und wünschen der Kleinen alles Gute. Wenn ich helfen kann, jederzeit. Na gut, machen Sie es gut. Ich bin überzeugt, dass dieser Herr Bauer nicht so unschuldig ist, wie er tut. Und wenn ich die Federwippe bei dem wiederfinde, dann kann der sich warm anziehen. Ich werde zudem sämtliche Spielplätze der Stadt überprüfen, die von seiner Firma gewartet werden. Und wenn ich da weitere Unstimmigkeiten finde, dann mache ich ihm die Hölle heiß.